Herzlich Willkommen zurück zu Wir Erobern die Nubia. Es tut mir leid, dass ich eure Kommentare nicht allzu direkt eingehen kann. Es ist halt mal ein Tag zwischendurch Unterschied. Aber mir macht es gerade so viel Spaß, ich nehme direkt die nächste Aufnahme auf. Es ist super, wie es bisher ist. Die Nubia haben wir schon mal hoffentlich durch die Außenposten blockiert. Hier oben entsteht ein, ich bezeichne das jetzt einfach mal Stadtstaat, mal schauen wie die denn hier im Spiel bezeichnet werden. Vielleicht können wir die beeinflussen und irgendwann sogar assimilieren. Wir können zwar eigentlich nur zwei Städte haben im Moment, aber das kriegen wir bestimmt irgendwie hin mit der Stabilität. Dann, hier wollen wir uns demnächst dann, da lasse ich auch schon mal die Runde weiterlaufen, bereits einen Bezirk einholen. Oder können wir auch den hier? Ich möchte... Öffnet die Liste angrenzender Städte, an die sie aus dem Posten angegliedert werden kann. 45 kostet es auch hier. Hier würden wir halt relativ schnell die Pferde bekommen. Und hier? Erstmal nichts. Aber ich... Ich glaube, in der Hauptstadt macht es erstmal mehr Sinn, dann gleich als nächstes den hier. Oder wir machen das jetzt schon, weil das zur Stadt gehört. Dann kommen die auf gar keinen Fall hier hin, denke ich. Hier sollte keiner mehr sein, hoffe ich. Dass die hier nicht noch einen Außenposten gründen, die müssen wir dann ganz schnell kaputt machen. Das geht ja gar nicht, wegen dem nicht der Angriffs packt. Auf alle Fälle das hier schnell einnehmen, weil ich habe das Gefühl, es ist notwendig, damit die sich hier nicht breit machen. Aber bei den Pferden, da kann ich es verstehen, dass das eigentlich die clevere Variante wäre. Komm, wir nehmen erst mal die Pferde. Mit der Ankliedern. Kostet mich... Tatsächlich 20 Stabilität. Wir würden auf 69 runtergehen. Wir haben da noch minus 5. Für den Status, der geht wieder weg. Dann wären wir eigentlich bei 74. 74 finde ich okay. So, die Stadt wird größer. Läuft. Und wir werden hier angegriffen. Okay. Manuelle Schlacht, ihr baut nur wieder irgendeinen Mist. Ich traue euch nicht. Okay. Hä? Wieso ziehen die so extrem viel ab? 18 zu? Ach, das ist auch noch der Falsche. Ja, sind es nur 13. Ja, das ist klar. Er geht wieder auf den. Er kann nur auf den hier gehen. Nein, jetzt kann er da durch, weil die Dings raus ist. Na, wir verlieren eine Einheit nach der anderen. Also, ich muss jetzt leider echt mal sagen, ähm, Stadtwachstum, schön und gut. Aber es reicht. Hier muss was getan werden. Wir kriegen auch keinen Bonus als Nahkampfeinheit auf die Sperrkämpfer. Anders als ich das gewohnt bin. Aber okay. Oh nein, jetzt können sie uns auch noch aus dem Rücken aus angreifen. Und die auch noch mal. Na, jetzt verlieren wir sogar beide Einheiten. Das ist sehr, sehr bitter. Wie konnten die hier überhaupt entstehen? Runde beenden. Ja, was soll ich machen? Lachen. Was möchtest du von mir? Die Schlacht von nächster Runde automatisch fortgesetzt. Ach so, ich verstehe. Das ist ja unschön. Und dann ganz ehrlich, ihr müsst gleich wieder zurückkehren. Ähm, und wir produzieren dann mal richtige Einheiten. Das kann so nicht weitergehen. Wir haben sogar schon siebten Einwohner mittlerweile. Fünf von sechs. Da kriegen wir sogar noch ein bisschen mehr hin. So. Wenn ich hier hingehe, kann ich dann bis dahin schauen? Nein. Die sind da auch nicht mehr. Sind die zufällig hier drüben irgendwo? Alter. Nein, nicht... Nein. Ich hab da nicht hingeklickt. Ich hab... Egal. Auch hier gegen die Bären Einheiten verloren. Und das alles nur... Egal. Also in letzter Zeit, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie es läuft. Da erwarte ich mir ganz ehrlich mehr. Friedliche Einheiten, okay. Das muss besser werden. Also Einheiten produzieren und zwar gute. Und dann würde ich sagen, rüsten wir unsere Armeen auch auf drei Leute auf. Und nicht nur auf zwei. Wahrsagerei breitet sich im Reich aus. Priester suchen in Tiereingeweiden. Den Flugbahnen der Vögel. Der Position der Sterne. Heiligen Tränken und sonst nach göttlichen Nachrichten. Also heilige Tränke, kommt drauf an, wer es macht. Wenn es ein Gallier ist, dann würde ich vielleicht drauf eingehen. Ihre Praktiken sind nun jedoch so abgedroschen und bizarr, dass das gesamte Reich in chaotischen Aberglauben abzurutschen droht. Militärbefehlshaber deuten sogar das Pickverhalten der Hühner. Was wollte ich nun? Ja, genau deshalb verlieren wir Einheiten gegen Bären. Ermutigen. Wie wollen wir wissen, wie die Götter uns zu entsprechen? Wir sollten offen für alle Weissagungen sein. Plus 10 Stabilität? Ich weiß nicht. Weissagungen, die nicht den offiziellen Methoden folgen, sind reine Aberglaube, der verboten gehört. Plus 25% Glaube klingt auch nicht schlecht. Rationalisieren. Wir müssen mit Logik und Experimenten wahre Methoden zur Weissagung finden. Das klingt besser, aber das klingt grundlegend falsch. Ist aber der bessere Effekt. Plus 5 Wissenschaft für 15 Runden, das nehmen wir sofort mit. Schaut mal an, wie schnell wir denn hier forschen können. Nett. Axolotl ist zu einem, zu unserem Gebiet konvertiert. Wer ist denn Axolotl? Ah, schau mal einen an. Das hier wird Axolotl sein oder so. Unsere Religion breitet sich weiter aus. Freut mich. Na dann. Runde beenden. Wir werden dann gleich noch die Einheit verlieren. Ach, nicht schön. In Piautos haben wir eine weitere Einwohner bekommen. Das wird der erste sein. Okay. Außenposten verwalten. Ja, ich kann leider nichts mit Gold machen, sonst hätte ich das schon lange gemacht. Einfluss? Nein. So. Dich bitte anschließen. An. Tevers. Das sollte helfen, hoffe ich. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass die hier nicht durchkommen sollten. Und der eine scheint einfach weg zu sein. Der hat es vielleicht hier oben mal weiter erkundet. Wer weiß. Holen wir uns hier noch was? Wie viel würde es mich denn kosten? Kann ich das noch einschauen? Ja, 90 Einfluss für hier auspassen, um den hier anzuschließen. Eigentlich, ich würde wirklich zu langsam gerne aufs Wunder gehen. Das dauert schon viel zu lange. Welche Wunder gibt es denn noch? Ah, die Pyramiden wurden schon beansprucht. Aber den Tempel der Artemis gibt es noch. Mir war es wichtiger, hier gut viele Gebiete zu nehmen. Keine Frage. Aber das läuft nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Dann muss ich dann wohl durch. Ach, auch hier. Die Nubier mögen diesen Ort besonders. Ich schaue es in unseren Städten aus. Die Kupfermine ist auch gleich angeschlossen. Könnten dann schon mal die Pferde anschließen? Nee, erst in einer Runde. Aber das würde gut aufgehen. Ich würde schnell die Pferde mitnehmen. Pferde. Dann hier noch das Quecksilber. Und dann schauen wir mal weiter. Und hier? Erst mal nichts weiter. Palisaden werden gebaut. Finde ich sehr gut. Oder wir sagen direkt ganz schnell noch mal den Obelisken, wenn wir das jetzt hier schon angeschlossen haben. mehr Stabilität, mehr Glaube. Klingt gut. Was ist denn das hier? Bist du auf mit dem Escape? Scheinbar haben unsere Leute hier schon Fischerboote hingebaut. Was ist denn das Feld, was man vermutlich am wenigsten benutzen kann? Ich denke mal, hier wird irgendwo ein Hafen hinkommen. Dann kommt hier auch noch ein Gewerbeviertel irgendwie hin. Hier sind Flüsse in der Nähe. Hier eignet es sich bestimmt gut für Nahrung. Berge. Ich weiß nicht, was ich mit Bergen machen kann. Potenziell Produktionen. Schmieden daneben stellen. Ich würde es halt wirklich gerne irgendwo relativ nah hier dran haben. Und hier gibt es keinen direkten Berg nebenan. An der Stelle. Hier auch nicht. Aber hier ist es näher an deren Gebiet. Also hier ist es eigentlich ganz cool. Hier gibt es aber auch zwei Produktionen statt nur einem. Ich glaube, solange es in diesem Gebiet drin steht, wird das schon passen. Komm, wir probieren das mal. Und den machen wir dann auch gleich. Hier würde ich erst mal Kupfer anschließen. Die Pferde braucht man nicht sofort, glaube ich. Andererseits, Pferde sind auch gut. Pferde dann auch noch schnell anschließen. Dann unterstützen wir drüben die Nobelisken. Wenn wir schon ein gemeinsames Projekt haben. So. Tierhaltung erforscht. Sehr gut. Ich finde das sehr schön, wie ihr das gemacht habt. Finde ich gut. Dann. Zwangsarbeit, die Hart. Achso, das kennen wir ja schon. Steinbruch. Würde sich hier auch nochmal lohnen, wenn das schon vier, nee, zwei. Zwei Produktionen. Ja gut. Zwei ist jetzt nicht so. Oh, warte mal. Hier haben wir Fels-Ebenen. Die zählen mit rein. Drei. Vier. Nur trockenes Gras. Vier. Mehr in Produktion. Wir haben doch gar keinen Tee, oder? Aber irgendwo. Ach, ich habe das selber nicht angeschlossen, aber die klauen mir jetzt schon den Tee. Ich verstehe das System noch nicht. Investitionen durch Händler. Die Nubia haben in euren Tee-Extraktor investiert. Ach, die können bei mir den Tee abbauen. Jetzt habe ich scheinbar auch Tee. Plus zwei Prozent Nahrung. Plus vier Stabilität. Nehme ich. Klingt gut. Wobei das nun Außenposten ist. Das ist nirgendwo angeschlossen. Das zählt, glaube ich, noch nicht wirklich. Ihr wollt auch nicht böse Dinge tun. Was würde ich mir eigentlich überlegen? Achso, was ich erforsche. Also potenziell Steinverarbeitung interessant. Interessanter dürfte es aber viel mehr werden, plus zwei Nahrung durch Flüsse zu kriegen. Hafen wäre potenziell interessant. Die Schrift. Minus 20 Prozent Kosten für Verordnungsaufhebung und Verordnungserlasse. Klingt sehr gut. Und ich glaube, es gibt auch einen Bonus, wenn man die Schrift erforscht. Hier kriegen wir unsere Spezialeinheit. Streitwagen. Straßen. Es werden automatisch Straßen zwischen den Städten und Außenposten Eures Reiches errichtet. Diese Straßen setzen die Bewegungskosten des Geländes auf eins. Klingt gut. Nutzung von Verstärkung. Verstärkt für Kampfkräfte zu organisieren, ist nicht einfach. Kann jedoch den Ausgang ganzer Kriege bestimmen. Ermöglicht eure Armeen als Verstärkung zu bestehenden Schlachten hinzuzufügen. Cool. Kaserne. Minus 10 Prozent auf Einheitenproduktion. Wir wollen ja Einheiten bauen. Das ist potenziell, weil ich weiß, es gibt einen Bonus, würde ich erstmal die Schrift mitnehmen. Ich weiß nicht, wie hart das Rennen denn wirklich wird um den Ruhm. Im Moment scheint es ganz in Ordnung zu laufen. Aber es kann sich auch jederzeit wieder ändern. Und weil hier oben immer die ganzen Beeren rum. Schlawinen. Schicke ich die mal hier her. Und ich glaube hier, der ist weg. Hast schon. So, ihr kriegt das doch bestimmt hin. Oh, ne, ne. Wir haben schon festgestellt, die bauen Bock, müssen wir machen die manuelle Schlacht. Entschuldigt, aber... Ich weiß nicht, was ich zu denen sagen soll. Das war so dermaßen bescheiden. Das mache ich lieber manuell und verbrauche fünf Minuten mehr, als dass ich noch meine Einheit verliere, weil die KI sich überlegt... Ach, Opfer mal einfach eine. So. Dann ist der zumindest schon mal weg. Eine untätige Stadt. Ja. Hier als allererstes mal die Pferde. Und dann helfen wir beim Obelisken mit. Wie viele können wir denn bauen? Erstmal nur diesen einen, so wie es scheint. Wie läuft es denn eigentlich mit der Religion? Zwölf Anhänger in unserem Reich. 16 von 25 für das nächste Dogma. Das ist, wenn wir die gut verbreiten. Gerade mit dem Obelisken sollte das schon laufen. Thebes hat einen neuen Einwohner dazu bekommen. Sehr schön. Läuft. Läuft gut. 59 Industrie. Sehr, sehr stark. Hatten wir nicht eben schon gesagt, du sollst da reingehen? Ah, schau mal eine an. Orange ist auch schon hier. Die werden jetzt eins auf dem Deckel bekommen. Also, Nubien muss ich scheinbar in alle Richtungen wehren. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Können wir da schon mal nachschauen, wie es noch ausschaut? Vergleichbar. Wir sind mächtiger als sie. Okay. Sie sind auf den Zugang zu unseren Ressourcen angewiesen. Wir sind mächtiger als sie. Okay. Das hilft. Wenn ich schon mal weiß, dass es bei denen Kriegeräusche scheinbar auch nicht so gut läuft. Wenn ich nicht so viel Einleitung umziehen muss, geht es auch alles viel, viel schneller. Was stimmt bei der anstehende Runde? Ich weiß nicht, was du von mir möchtest spielst. Ah, jetzt. Da gab es einen Kampf und deswegen haben sie einen neuen Berechner, den ich verstehe. Der ist scheinbar auch geflüchtet. Und wenn ich weiß, dass hier der Obelisk schon gebaut wird, dann können wir gleich schon mal das nächste Projekt einstellen. Und wir haben mittlerweile wieder, kriegen sogar noch 5 mehr. Wir sind jetzt schon bei 77 und würden dann auf 82 kommen. Das heißt, wir können ruhig noch ein bisschen bauen. Plus 12 durch Luxusressourcen klingt doch gut. Plus 40 Stabilität durch Ideologe. Welcher Reichsbonus ist denn das? Das wird Erhalt 15 Stabilität beim Abschluss des Bau eines Bezirks sein. Und trotzdem kann ich, glaube ich, ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, warum denn da 40 steht. Das ist nicht durch 15 teilbar. Kurios. Aber ich würde dann vielleicht glatt noch einen Bezirk einstellen. Wir kriegen sogar noch eine Pyramide hin und damit nochmal Einfluss. Und das hier hinten. 14 Produktion. Nehme ich. Hier wären es 11. Aber ich nehme lieber die hier. Rein in eine Pyramide, wie schön. Schauen wir mal, dass wir die Beeren dann noch wegbekommen, dann ist da Ruhe. Ihr sollt heilen. Der erste Kalender. Die Erfindung des Kalenders kündigt eine glorreiche Ära in der Geschichte des Reichs an. Da zwei Großstädte und zahlreiche Bauernhöfe im Land im Einklang gebracht werden müssen, ist es an der Zeit für die Standardisierung. Händler benötigen ein einfaches Mittel, um ihre Aktivitäten abzugleichen. Womit möchtet ihr die Tage zählen? Die Sonne oder den Mond. Was haben denn die Ägypter? Das gibt es hier. Keine Ahnung. Ach, das lässt sich doch bestimmt herausfinden. Ägypten. Oder antike Kalender. Ägyptischer Kalender. Nähschwemme, Astronomie. Sommer, Sonnenwende. Also nach der Sonne richten sie es, wenn ich das richtig verstehe. Sonnenkalender, Hamas. Okay, also wir richten das auch nach der Sonne. Wenn ich nicht weiß, was passiert, nehme ich das Ägyptische. Das passt, glaube ich, so ganz gut. Wie schnell wir den durchziehen können mittlerweile. Also die Produktion? Großartig. Oh, es war so entstanden und gleich wieder weg gewesen. Schade. Wenn du nur noch eine Runde brauchst für den Obelisten, können wir hier eigentlich schon mal was anderes einstellen, oder? Ach nee, das wird zusammengezählt werden, nehme ich an. Und der Bär hat sich verpiselt. Na gut, warten wir noch einen Moment ab. Vielleicht kommt er wieder. Ihr seid fertig. Ah, dann muss ich euch auch hier hinten lassen, falls wieder welche kommen. Wo auch immer die herkamen. Müsst euch um eine dringende Angelegenheit kümmern. Dann schieß mal los. Verordnung, so leid es mir tut, ich schiebe die alle erst mal auf. Wie geht's euch eigentlich? Ach, schau mal eine an. Die sind mittlerweile unabhängig. Wird mir da nicht Bescheid gesagt? Vielleicht ist es auch die erste Runde. Wenn ihr mit Geld oder Einfluss für die Aktionen mit Zähnentum bezahlt, verbessert sich pro Zug eure Beziehung zu diesen Unabhängigen, da ihr ein Reich fördert und stärkt. Im Laufe der Zeit erreicht ihr gewisse Meilensteine, die je nachdem, ob es sich um eine aggressive oder eine friedliche Nation handelt, entsprechende Sozialaktionen freischaltet. So könntet ihr beispielsweise ihre Armeen als Soldaten anheuern, ihre Ressourcen kaufen, ein Nichtankriffspakt schließen oder Sicht auf ihre Karte erhalten. Letztendlich habt ihr die Möglichkeit, sie zu unterwerfen. Unbekannt. Hey, warum seid ihr da schon so weit? Plus zwei. Vier. Ich hoffe, das schaffen wir noch, dass wir hier den Start bekommen. Nicht irgendwer random. Wer könnte die denn entdeckt haben? Das wäre bitter. Dann wird gleich Krieg geführt. Epochenmeinstern erreicht. Baumeisterstern. Ach, schau mal eine an. Wir haben den Einfluss. Von wegen Baumeister. Ach nee, da auch. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber gut. Noch eine Epochenstern. Sehr schön. Die Forschung kriegen wir auch hin. Die Leute kriegen wir hin. Das wird alles schon werden. Wie schaut es denn bei den anderen aus? Wir sind von, aber nicht so extrem weit von. Und Respekt für unsere Autorität. Gut. Just bemerkbar von Fanatismen. Ah, Welttat. Wir haben die erste heilige Städte gebaut, so wie es ausschaut. Check. Gebiet Rigil-Kentaurus. Zu neuer Religion konvertiert. Ah, und hier entsteht Akkad gerade. Interessant. Wo wäre das denn? Ah, das ist mein eigenes Gebiet. Okay. Und generell unsere Religion läuft gut. Hier sind die Beeren. Ah, ich weiß nicht. Ich wollte noch mal eine Runde. Die Position taugt mir so gar nicht. Der Fluss, der hier auf dem Hügel fließt, ist schwierig. So, stationieren. Dann, du baust eine Pyramide. Finde ich sehr gut. Was kostet mich Einfluss? Die Pyramide, oder? Äh, Stabilität. Ja. Dann fallen wir im Prinzip von den 82 unter oder der Grundwert erhöht sich auf magische Art und Weise wieder. Ich kann wirklich nur vermuten, dass es mit diesen Baumeistern zu tun hat. Wir könnten auch schon mal das Nächste anschließen oder ich sammle halt wirklich erst mal Einfluss. Und das klingt besser. Einfluss sammeln. Seide vielleicht irgendwann mal anschließen. Mehr Farbstoffe anschließen. Irgendwann später sicherlich. Auch hier gäbe es noch mal mehr Farbstoffe. Ich denke, es wäre erst mal ganz gut, wenn wir hier uns irgendwie... ...und bringe ich manchmal auch plus vier pro Runde. Vielleicht sollte ich da auch noch mal Einfluss investieren dann. Obt sei, wir kriegen den irgendwie angeschlossen, wenn ich... Krieg. Wie geht es denn der Stadt allgemein? Ein sich ganz gut. Ich würde aber gerne noch ein paar Leute rekrutieren. Nicht rekrutieren, ähm... ...die Stadt noch mal ein wenig wachsen lassen. Das wäre ein sich, denke ich, sehr, sehr praktisch. Andererseits, wir sollten auch eigentlich Einheiten bauen. Finde ich. Möchte ich jetzt schon eine Einheit bauen? Ich glaube schon. Was heißt das bisschen an Gold? Das Gold ist schon gut. Aber... Ich glaube, das Gold ist mir nicht so wichtig. Da kriegen wir immer mehr wieder irgendwie was rein. Das passt schon. Ich nehme, glaube ich, lieber die Einheit. Spellreiter brauchen wir nicht unbedingt. Bogenschützen wären cool. Oh, da... So, den haben wir noch gar nicht. Sperrkämpfer wären auch... ...machbar. Was die Bogenschützen angeht, würde ich eigentlich lieber auf unsere Spezialeinheit warten. Ich habe auch mittlerweile... Das fiel mir gerade eben mit den drei Sternen ein. Ich weiß jetzt, wie ich nachschauen kann, wie viele Erfahrungsstufen die haben. 15 von 36. Ich weiß nicht, wie viel man pro Kampf bekommt an Erfahrung. Einheit bauen oder nicht bauen. Das Problem ist auch, wenn ich die jetzt schon einstelle, ist gleich ein Bevölkerungspunkt weg. Ich bin wirklich am überlegen, erstmal eher auf Wirtschaft zu setzen. Auch hier noch mehr Nahrung. Das klingt einfach super gut. Wir kriegen plus 5 Nahrung, wegen der Pferderessource. Top. Wir kriegen... ...plus 1 Nahrung auf Bauerviertel, pro Bauerviertel angrenzen und nochmal auf dasselbe. Das lohnt sich hier. Ich denke mal, dann ist es pro Bauerviertel nochmal zweimal. Das sind vier, also insgesamt neun. Schätze ich, dass es so rauskommt. Wäre schon sehr gut, wenn wir das mitnehmen würden. Alter, einhalten. Ich kann mich nur so schwer entscheiden. Ich glaube, ich vertage die Entscheidung. Wir müssen es noch nicht sofort fällen. Die Pyramiden dauern noch 6 Runden. Wenn wir hier eine Pyramide haben, können wir dann sicherlich hier auch noch eine bauen. Plus 10. Das ist stark. Dann hier gleich die nächste. Alles für den Einfluss. Sag mir nicht, dass es schon wieder ist. Ne, passt schon. Ah, weil ich nicht im Baumenü war, habe ich es so noch nicht gesehen. Ich verstehe. Wer mittlerweile Runde 60 erreicht. Riegel, Kantaur... Ah, das ist Riegel, Kantaurus. Das ist unsere Stadt. Äh, unsere Außenposten. Wer ist eigentlich diesem Außenposten? Der müsste jetzt nach und nach Einwohner bekommen. Und mit zwei Runden kriegt er dann sogar den zweiten. Interessant. Welt hat gesperrt. Great Blue Hole hat jemand entdeckt. Die Bären sind da. Immer noch ein schlechter Ort zum Angreifen. Wie geht es dem Stadtstaat? Wir machen jetzt plus sieben. Wo auch immer da noch mehr herkommt. Plus drei vom Beziehungswert geteilter Einfluss. Leiter Einfluss? Ähm... Sagt mir nichts. Aber okay. Nicht in Ordnung. Hauptsache wir sind da irgendwann an erster Stelle. Ein neues Wunder kann beansprucht werden. Jedes dieser großen Monumente kann für Jahrtausend zu einem Zeichen der Macht- und Einfallsreichtum werden und so weiter. Stonehenge wäre cool, aber ich wollte eigentlich nicht so viel auf Glauben gehen wollen. Eigene Gärten finde ich nicht gut. Tempel der Artemis finde ich sehr gut. Wir kriegen plus 20 Glauben. Plus 40 Stabilität. Plus 10 Gesundheitsregeneration auf Einheit. Nun würde ich eigentlich super gerne in der neuen Stadt dann bauen. Wenn der andere steht schon in der heilige Stadt, da kriegen wir auch Stabilität. Kann ich aber so lange warten? Ich beanspruche den mal. Ich kann nämlich zum Beispiel das hier auch nicht beanspruchen. Ich beanspruche jetzt. Nachdem ein Kulturwunder beansprucht worden ist, könnt ihr eure Entscheidung nicht mehr rückgängig machen. Sein Baum muss abgeschlossen worden werden, bevor ihr ein neues beansprucht, nehme ich. Ich würde das super gerne dann hier in der Stadt machen, wenn das so einfach geht mit dem Annektieren, wie ich mir das vorstelle. Und dann. Hier irgendwo ein Temperatur der Artemis entstanden. Das finde ich ganz brauchbar. Und die Elevator. Bären sind wieder weg. Also irgendwie klappt das mit dem Bären. Die greifen aber auch nicht an. Das ist glaube ich in Ordnung. Und schauen wir mal an. Das Ding ist wieder da. Kann man mal schnell hier hin. Warteln. Wir haben 970 Einfluss. Warum kriegen wir denn so viel Einfluss auf einmal her? Cool. Aber verstehe ich nicht. Kann ich das nicht nachschauen? Schon wieder zwei Einfluss dazu bekommen. Ah. Meilenstein freigeschaltet. Okay. Die 24 Einwohner. Läuft bei uns. Und dann kann man glatt weiter machen. Ach, jetzt ist es weg. Jetzt ziehe ich hier noch her, obwohl es so eigentlich schon weg ist. Aber hier drüben gibt es jetzt noch was. Okay. In einer Runde gibt es auch den nächsten Einwohner. Dann kann ich glaube ich die Einheit einstellen. Das macht denke ich ganz gut Sinn. Neuer Groll verfügbar. Ihr könnt um Kriegsentschädigung bitten. Ja, dann zeig mal an. Wo, wer, wie, was. Wo warst du denn? Gebiet an unserer Grenze beansprucht. Welches denn? Tatsächlich. Ich würde es aber auch nicht haben. Ich würde aber den Anspruch trotzdem stellen. Aber ich kann mir dafür auch, denke ich, noch Zeit lassen. Ein Groll ist ein Grund für Forderungen und Handlungen in Antwort auf die Aggression eines anderen Reiches gegen euch. Wenn ein Groll ausgelöst wird, erhöht sich die Kriegsunterstützung der betroffenen Seite. Wie ihr mit dem Groll umgeht, liegt an euch. In Runde 73 müsste ich dann das nächste Mal nachschauen. Ihr könnt ihn ausnutzen oder darauf verzichten. Behaltet aber stets die Konsequenzen im Hinterkopf. Ich würde auch mit denen nicht Krieg führen. Also eigentlich, das ist nicht das, was ich unbedingt im Sinn hatte. Soverein, wie kann ich dir helfen? So, was kriegen wir denn? Plus zwei Nahrung auf Küstengewässern. Plus zwei Nahrung auf See. Küsten haben eigentlich relativ viele, möchte ich behaupten. Küsten haben tatsächlich sehr viele. Das wäre ziemlich praktisch. Plus fünf Gold auf Luxusressourcenlager. Haben wir auch viele, aber das Gold ist mir nicht so wichtig. Studiert den Kosmos und lasst seine Erhabenheit unseren Glauben widerspiegeln. Plus zwei Stabilität auf Fluss. Das klingt gut. Hier haben wir relativ viel Fluss. Hier ist viel Fluss. Dann potenziell, wenn wir das eingliedern sollten. Hier haben wir ein bisschen an Fluss. Das klingt interessant. Plus zwei Industrie auf Wald. Das würde uns auch sehr helfen. Plus eins Einfluss auf Berg. Das Problem ist, es hilft halt auch alles, was ich jetzt im Hinterkopf habe. Auch wenn wir hier viele Berge haben. Es hilft auch alles den Nubiern, weil die dieselbe Religion haben wie wir. Plus fünf Wissenschaft auf strategischem Ressourcenlager. Ja, man, wir hätten Wissenschaft so gut wie gar nichts bisher gemacht. Das klingt auch nicht so verkehrt. Plus 25 Erfahrungen beim Erstellen einer Einheit auf alle Städte. Minus eins Einheitenunterhalt. Klingt auch gut. Plus zehn Nach dem Sieg in Schlacht erhöht der Kriegsunterstützung. Plus zehn Kriegsunterstützung, wenn Gegner sich aus Schlacht zurückzieht. Also ich denke mal, das mit dem Geld können wir erstmal vergessen. Das brauchen wir nicht unbedingt. Das mit den Bergen. So schön das klingt, das kann ich glaube ich nicht machen. Die haben hier nur Berge. Die haben mehr Berge als alles andere. Flüsse? Keine Ahnung. Es schaut nicht aus, als ob die so viele Flüsse hätten. Und ich finde Stabilität eigentlich gerade ganz brauchbar. Außer in der Hauptstadt haben wir glaube ich nirgendwo so richtig viel. Und ich beine ja auch nur eine dritte Stadt damit hinzukriegen. Warte mal, ist hier noch... Ne, passt kein anderes. Weich. Also potenziell Stabilität. Weil wir so viele Küsten haben, Nahrung auch cool. Produktion ist immer cool. Wie viel weit hätten wir denn? Ich finde eigentlich... Lass mich ran so... Eigentlich recht viel. Wobei... Immer mal wieder ganz gut Wald, keine Frage. Aber auch jetzt hat mich Unmengen... Das Problem an der Küste ist auch, die bewirtschaften wir im Moment fast gar nicht. Wir müssten das Täfen bauen. Stabilität hingegen würde sofort greifen und hilft uns bei unseren Expansionsplänen. Und auf Krieg? Ich hab eigentlich nicht vor, auf Krieg zu gehen. Plus zwei Stabilität auf Fluss. Nehme ich. Studiert den Kosmos und lasst seine Erhabenheit unseren Glauben widerspiegeln. Nehme ich. Das nächste gibt's bei... 65 Anhänger. Das kann ja noch eine Weile dauern. Hallo. Lass mich ranzoomen. So, jetzt seh ich auch wieder was. Okay. Schön, dass uns angezeigt wird, was ich grad gemacht hab. Hier. Hier wär der perfekte Moment gewesen zum Angreifen. Schade. Beim nächsten Mal. Ihr baut die Pyramide. Dann habt ihr noch... Warte mal. Wie viele Flüsse haben wir denn? Müssen die bewirtschaftet werden, die Flüsse? Wo steht's denn? Stabilität von Nutzung. Was ist Nutzung? Ach. Das könnte dahin hauen. Wir haben 16 Stabilität. Wir nutzen ein Flussfeld. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mal 2 wären aber auch 20. Wobei das ist kein Fluss, sondern eine Quelle, ne? Ne, das zählt auch als Fluss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, äh, 9, 10. Ich hab mich nicht verzählt. Dann weiß ich nicht, wie das berechnet wird. Aber ganz ehrlich, wir haben recht viel Stabilität wieder. Den könnten wir auch hier einfach weiter ausbauen. Wir hätten aber auch noch gemeinsame Projekte. Und ganz ehrlich, wenn wir hier noch einen Obelisk bauen können, dann können wir den auch dann in die andere Stadt setzen und setzen hier erstmal auf den Tempel der Artemis. Andererseits gibt's hier so viel Wald. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich für alles gehört. Hier gäbe es mehr Wald. Andererseits den Tempel der Artemis sollten wir auch relativ zügig bauen. Denke ich mal. Angrenzen. Ach so, ich muss ein angrenzendes Feld haben, oder? Steht da irgendwas? Ach, schon wieder du und dein Escape irgendwas anderes machen. Nicht das, was man vermuten würde. Muss neben Waldgebiet oder Wald platziert werden? Okay. Können nur einmal auf der Welt gebaut werden. Nach dem Platzieren eines kulturellen Bundes- oder alljährigen Städte könnt ihr den Bau nicht mehr vom ausgewählten Feld entfernen. Also in der Nähe von Wald. Das war so jetzt gar nicht geplant. Hier oben könnte man's halt hinstellen und hier wäre es dann halt eigentlich prädestiniert für einen Wald. Ganz ehrlich, dann würde ich das für da drüben aufheben. Wie läuft's denn eigentlich da drüben? Klingt vielleicht ein bisschen doof. Ich hab erst gesagt, wir sollten's schnell machen und dann jetzt doch nicht. kommen den anderen näher. Das find ich gut. Ähm, was macht man denn stattdessen dann? Nahrung. Sollten wir uns auf alle Fälle besorgen. Wir kommen nämlich hier kaum noch aus dem Knick. Plus 10. Klingt gut. Klingt gut. Plus 8. Weiß aber nicht, das scheint mir nicht so. Ja. Warum kriegen wir denn hier minus 12? Achso, weil der Fluss dann nicht mehr genutzt wird. Und deshalb kriegen wir auch keine 20... Ups. Ach, schon wieder du mit deinem Escape. Sag mal. Ähm, weil der Fluss hier im Prinzip nicht genutzt wird, sondern weil der Bezirke draufsteht, gehört das nicht. Das hier gehört nicht mit dem Verwaltungsbezirk und mit der Pyramide gehört das auch nicht. Deswegen sind das nicht 20 Stabilität, wie wir bekommen, sondern nur 16. Weil wir da was draufstehen haben. Ich verstehe. Plus 2, aber auch da minus 12 Stabilität. Plus 10 ist halt schon sehr gut. Probieren wir es. Oh, da, warte mal. Wir könnten ja auch hier noch was rausholen. Wir haben jetzt 4 Leute, die als Bauer arbeiten. Da geht zum Beispiel der Kornspeicher mit plus 8 auch. Andererseits, es dauert auch 5 Runden. Wir haben keine Pferde-Ressource, wenn ich das richtig sehe. Warum kann ich das bauen? Keine Ahnung. Schmiede kann ich auch auf einmal bauen. plus 1 Nahrung pro Bauernviertel. Wir haben erst 1. Da alles 5 Runden dauert. Oder wir holen uns die in Wachtturm. Dann können wir weiter schauen. Und das ist so eine Grenzstadt, das wäre eigentlich nicht verkehrt. Aber wir haben mittlerweile auch nicht Angriffsversprechen. Ich hole mir noch mal hier die 10 Nahrung als erstes. Minus... Ich mag dich nicht. Wer lässt sich denn sowas aus, dass das Menü öffnet mit Escape und das nicht erst mal zurückgeht? Das hat bestimmt irgendeinen Sinn. Ich sehe ihn nur gerade nicht. 94 Stabilität hätten wir. Minus 12. Das reicht locker. Auf geht's. Den möchte ich da platzieren. Hat er das jetzt gemacht? Ja. Weiter geht's. Und ich habe hier irgendwas vergessen einzustellen. Hab ich. Das war als erstes mal hier auch noch das Quecksilber anschließen. Jetzt haben wir da Produktion verloren. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es genau aufging. Ach nee, ich wollte ja auch noch eine Einheit bauen. Die Einheit habe ich vergessen einzustellen. Und tatsächlich hier steht jetzt 5 und 1, das geht weiter auf. Haben sich aber schönes einfallen lassen. Ähm, weiter geht's. 80 von 10, nee, von 9 Bewohnern. Das wird tatsächlich immer mehr. Wir brauchen jetzt fast 9 Nahrung pro Runde. Ich würde glatt den Bogenschützen nehmen. 17 Kampfstärke, hier sind's 18, 19. Keine Schwäche gegen Nahkämpfer, aber ein Vorteil gegen Kavalerie. Cool. Ähm, ja. Aber wir haben jetzt nicht direkt einen verloren. Oder täuscht das? 9. Vielleicht erst nach dem Bau. Okay. Wieder was dazugelernt. Und dann holen wir uns noch 81 Stabilität. Finde ich so ganz in Ordnung. plus 5. Ah, das könnte man auch noch einstellen direkt mal. Das gibt noch viel mehr Nahrung. 5 plus die Bauernvierte. Ich schätze mal 9. Hier hätten wir 5 Industrie, Schmiedevierte. Das dürften die beiden auch sein. Und der hier auch. Plus 1. Gibt aber nichts Angrenzendes. Und hier nochmal plus 4. Das sind 10. Produktion haben wir eigentlich genug. Erstmal. Ich nehme mal die Nahrung direkt mit. So. Und die Garmäen, ihr seid auch nicht untätig. Ihr sammelt für uns fleißig Einfluss. Ihr seid klasse. Achso, ich habe auch die ganze Zeit, wo ich das gerade sehe, die Ressourcensymbole an. Hier gibt es nochmal, wo sind die schon wieder hergegangen? Das werden die von da drüben sein. Hier gibt es gefährliche Angreifer. Okay. Hier waren wir diese Runde schon dran. 46? Ne, letzte Runde 52. Wir überholen sie so langsam, aber sicher. Was mache ich denn mit dem Einfluss? Jetzt haben wir etwas angespart. Ich würde wirklich warten, glaube ich, bis ich jede Stadt kriegen kann mit dem Einfluss. Auf geht's. Vielleicht auch schnell durchziehen. Der ging flott. Wo wir gerade beim schnell durchziehen waren. Und dann schaffen wir es vielleicht noch diese Runde mit der dritten Stadt. eine Schmiede. Eine Schmiede. Dann gäbe es den nächsten Bewohner und dann können wir wieder eine Einheit erzeugen. Würde ich vorschlagen. Ja, das machen wir so. Ich würde eigentlich schnell durchziehen. Auf geht's. Du gehst hier rüber. Die Ehrenstadtgrenzen sind nicht weiter raus. Hier fangen schon die Orangenen an. Die Nubair sind wirklich zwischen uns. Die werden da zerrieben, glaube ich, irgendwann. Schrift erforscht. Sehr schön. Cool. Aber scheinbar waren wir nicht die Ersten. Noch mehr Nahrung? Oder Ja, was? Oder Hier gäbe es noch mehr Produktion. Produktionen sind eigentlich ganz gut aufgestellt, glaube ich. Wir könnten Einfluss auch nutzen, um schon mal die eine oder andere, wie nennt er sich das, Verordnungserlassung auszuführen. Lebensmittelmarkt. Haus der Schriftgelehrten. Cool. Straßen wären halt auch sehr angenehm. Verstärkung wäre sehr angenehm. Hier gibt es halt Nahrung. Produktion. Und hier vermute ich auch noch mal Nahrung. Ist alles schon... Das lässt sich alles irgendwie begründen. Das Wachstum würde ich gerne weiter steigern. Das ist eigentlich das Zweite. Öffentliche Brunnen. Ach, das können wir einfach so bauen für 15 Stabilität. Ganz ehrlich. Wenn wir jetzt schon überlegen, wegen Stabilität und dergleichen. Klingt das doch nach einem Plan. Ah, da haben wir es. Schrift. Läuft bei uns. Fünf Bezirke. Das könnte man sogar schaffen. Dafür brauchen wir nur Einfluss. Einfluss, da arbeite ich fleißig dran. Wir haben schon ein paar mehr Leute. Ne, wir hatten davor auch schon 26. Das war das letzte Mal nachgeschaut. Haben Gold könnte auch was werden. Forschung wird mit Sicherheit was. Und Krieg, da wollte ich mich erst mal von nicht beeinflussen lassen. Ich bin im Überlegen, hier auch noch eine zweite Heilige Stätte hinzusetzen. Vielleicht gleich neben die andere. Weil es kann. Und weil es mehr Stabilität gibt. Wenn man dann hier wirklich noch das Wunde... Ah, bei denen läuft es. 60. 60. Gleichstand, aber... Ah, wir sind wo vorne. Die machen immer noch plus vier und wir sind jetzt mit plus sieben dabei. Wir kriegen es als erster. Höchstwahrscheinlich hin. Möchte ich behaupten. Wir machen aus irgendeinem Grund auch schon 25 Goldbrauen, ne? Äh, interessant. Auf alle Fälle, wir machen... Wir werden es schaffen, hier als erster hinzukommen. Da müssen wir es nur noch irgendwie schaffen, zu annektieren. Ich weiß noch nicht, wie das läuft. Wird schon werden. Die Einheiten können hier scheinbar noch durchgehen. Hier sind immer noch Einheiten, die angreifen wollen. Ich würde es halt wirklich gerne in dieser Runde noch schaffen, oder in dieser Folge noch schaffen, diese Stadt zu annektieren. Dann, wenn wir hier das Wunder bauen, kriegen wir auch noch mehr 40 Stabilität. Ich glaube, das wird schon, wenn wir hier noch die zweite, den zweiten Obelisten hinstellen. Das sollte passen. 5 Makers Quarters? Es scheint, dass jemand die Phrase ein bisschen zu literal sein wird. Ja. Die Pyramiden sind einfach gut. So. 86% Stabilität. Gleich gehen wir nochmal 12 runter, sobald hier ein Sakral Street gebaut wurde. Oder tatsächlich die Nobelisken. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, weil es hier kaum was gibt, den hier hinzustellen. Ich hätte es vielleicht gleich beides hier hinstellen sollen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt hier den Hafen baue oder nicht. Ja, hier drüben fällt mir gerade ein. Okay, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Ich frage mich auch immer noch, was das hier ist. Ist das vielleicht eine Straße, die hier hingestellt wird? Dass wir bis hier herankommen? Das könnte sein. Komm, auf geht's, Obelisk. Den ziehen wir auch als erstes durch. Ganz ehrlich, das kann die Stadt auch alleine machen. Dann können wir jetzt hier normal Sachen machen. Der erste Obelisk war, denke ich, wichtig. Der zweite, das wird schon werden. Was mache ich eigentlich mit dem ganzen Glauben? Es ist ja wirklich nur dazu da, um mir ganz viele Leute zu konvertieren. Okay. Wird schon werden. Ach, schau mal an. Da haben wir was verpasst. Weil wir nicht mehr so viel rumlaufen. Weil ich ein wenig defensiver spielen wollte. Na gut. Ah, die hauen gegenseitig vor sich ab. Interessant. Ah, wir sind nur noch bei plus drei. Bei denen steht gar nichts mehr da. Aber dann kann ich jetzt wieder 60 ausgeben. Sind wir bei plus fünf. Da sind wir immer noch über diesen plus vier. Ah ne, die werden auch weiterhin plus vier haben. Und weil wir sie schon überholt haben, ich denke, das geht klar. Bis zu 90, da brauchen wir noch vier Runden. Wird schon schief gehen. Ach ne, warte mal, hier sind jetzt die Bären. Oh Mann, voll verpasst. Aber ich glaube, wir haben hier Mauern, die kommen hier gar nicht ran. Wird schon schief gehen. Apo, das ist die einzige Stadt, die Mauern hat. Und ihr, hier als Außenposten, habt keine Mauern. Vielleicht muss ich die erst verbinden mit Distrikten. Das wäre interessant. Ja, ich lasse die Bären mal da oben wirtschen schief gehen. Bewahrer des Glaubens. In Tevis ist es zu einem unerwarteten Konkurrenzkampf zwischen zwei Tempeln gekommen. Na, weil ich da zwei Teile hier eingestellt habe. Jeder repräsentiert eine unterschiedliche Sekte der Religion. Wochenendfreund. Freundinnen? Ne, Freunde. Muss ich gleich mal umbenennen. Warte mal kurz. Da habe ich nicht richtig aufgepasst. Wochenendfreunde, ja, genau. Oder Wochenendfreude. Das gefällt mir sogar noch besser. Ups, das war das Falsche. Freude. So. Dann. Einer der Tempel vertritt die Ansicht, dass religiöse Angelegenheiten in den Händen unemotionaler Männer verbleiben sollten. Wohingegen andere wohingegen der andere einwendet, dass nur Frauen aufgrund ihrer Fähigkeit des Hegen und zum Pflegens das nötige Verständnis dafür besitzen. Dieser Streit muss enden, bevor er auf eure Bevölkerung überspringt. Wer sollte eure religiöse Anführer sein? Mir egal. Alle? Jeder kann unsere Religion anführen, da weder Männer noch Frauen durch Götter oder von Natur aus privilegierter sind. Okay. Bin gespannt, was dabei rumkommt. Apropos, das können wir doch glaube ich nachschauen. Tatsächlich. Wir sind jetzt fortschrittlich und kriegen damit nur noch plus 5 Stabilität an den Städten, aber auch plus 5% Wissenschaft auf Stadt- oder Außenposten. Wie viel Wissenschaft machen wir denn, Boone? Kann ich das einsehen? Ne, so nicht. Aber ich glaube, die Hauptstadt ist ein ganz guter Gradmesser. 8. Immerhin. Apropos, ihr könnt schon mal das nächste eingestellt bekommen in zwei Runden, damit wir wieder einen Typen nutzen. Dann eben läuft von allein. Einfluss. Passt. Achso, ihr habt mir eben schon nachgeschaut, Runde beenden. Ich bin gespannt. Ich würde dann auch ein kleines bisschen Überlänge machen. Hauptsache, wir kriegen noch die Stadt. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. So, hat alles... Es läuft alles nach Plan. Wir kriegen weiterhin vier pro Runde. Wir kommen da als Erste an. Bevölkerungszunahme in Piautos. Läuft, würde ich sagen. Kann ich mir anschauen, wie viel die produzieren. Drei Glauben. Einmal Tee. Drei von vier Leuten. Erhöht das gar nicht so, wie ich das dachte. Aber ich denke, beim Anschließen wird das dann auch mal ordentlich einen Schub geben. hier ist jetzt der neunte Einwohner wieder. In Wissenschaft, den würde ich eigentlich nicht raushegeln wollen. Den könnte man eigentlich ganz gut behalten. Haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Ach, wir können doch nicht mal Lebensmittelmarkt bauen. da dieser Stadt oder diesem Außenposten nichts Nützliches hinzufügt. Ah, ich verstehe. Aus der Schrift gelehrten, plus eins durch Forscher, plus zwei Forscherplätze. Kriegen wir denn noch ein Luxus-Ressource? Ah, der Quecksilber haben wir gar nicht angeschlossen. Plus zwei Prozent Wissenschaft, mehr Stabilität. Klingt alles soweit ganz gut. Ich bin im Überlegen, vielleicht noch einen Bezirk zu setzen. Oder ich lasse es erst mal so. Quecksilber, das hätte auch nicht verkehrt. Mit den Einheiten könnte ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. Es gibt, glaube ich, kein wirkliches Bevölkerungslimit in dem Sinne. Ich muss nur die ganzen Leute mit Nahrung versorgen. Und da haben wir im Moment ein ganz schönes Stück. Dann können die Stadt ruhig von mir aus erst mal wachsen und wir holen das Quecksilber noch mit dran. Vier Hunden noch für den Neunobelisken. Äh, weißt du was? Die sind schon weiter. Und die haben uns auch vom Ruhm her überholt, auf einmal. Die Harpaner sind jetzt mit der griechischen Kultur unterwegs. Ich glaube, ich bin zu langsam. Kulturelle Konversion begonnen. Rigi, Kentaurus tritt in acht Runden in den Einflussbereich der Nubia ein. Nein? Hörst du damit auf? Auf gar keinen Fall wollen wir das. Kann ich das irgendwie verhindern? Ich weiß nicht wie. Dann, wir müssen ganz dringend hier die Stadt kriegen. ein Punkt fehlt mir noch. Ihnen fehlen noch ein paar. Okay, diese Runde müssten wir das jetzt schaffen können. Was haben wir denn da bekommen? Sea Patron. Beschreibung nicht verfügbar. Okay, ich habe ein Trophäe bekommen ohne Beschreibung. So, dann. Wir können Palisaden bauen, Wachtürme, mehr Forschung. Klingt auch gut. Probieren wir. Warten wir erst mal ab, bis wir die weiteren Einwohner bekommen haben, um dann zu sagen, wir bauen noch eine Einheit. Äh, wir büden sie aus. Wir bauen die natürlich nicht. So, hier läuft es. Kann ich jetzt diese Dinge machen? Ihr könnt diese Unabhängigen nun unterwerfen. Klingt gut. 360 Einfluss. Wie gut, dass ich so viel Einfluss gesammelt habe. Mit der Unterwerfung dieser Unabhängigen beginnen, statt weniger zu werden und zu verschwinden, werden sie Teil eures Reiches. An independent people has been added to your empire. They may seem small, but great things can come from small beginnings. Ihr kontrolliert eine Stadt mehr, als die ihr gleichzeitig verwalten könnt. Euer Reich muss pro Runde eine Strafe von 10 Einfluss zahlen. War es das wert? Ich würde erst mal sagen, ja. Können wir die Ankl hier dann direkt an Lulu fahren? Können wir. So, kriegen die dann jetzt noch den Einfluss? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Werden wir dann gleich sehen. Wir sind jetzt bei 69%. Schauen wir mal, wie es nächste Runde ausschaut. Wir haben auch tolle Einheiten bekommen. Wir haben Streitwagen bekommen. Schön. Freut mich. Ich bin mir relativ sicher, dass hier noch ein paar Sachen waren. Vielleicht wieder auf dem Feld, wie immer. Was haben die hier eigentlich gebaut? Bauernviertel, Schmiedeviertel. Ich weiß nicht, ob das so die idealen Sachen waren. Schau mal hin an. Wir kriegen sogar Salbeil. Was macht denn Salbeil? Plus 3 auf Nahrung auf Hauptplatz, plus 3 auf Verwaltungszentrale. Sehr gut. Wenn ich das hier anklieren würde, kostet mich das wie viel? 270 und wieder 20 Stabilität. Im Moment haben wir 65 Stabilität. Aber wir wollten so oder so noch den Tempel der Artemis bauen. Muss ja ein Nebenwald. Da habe ich auch nicht viel mit zu reden. Hier würde es gehen. es würde hier noch nicht gehen, weil wir dieses Gebiet gar nicht besitzen. Hier würde es aber gehen, wo auch immer hier der Wald ist. Ist du ein Waldfeld? Tatsächlich Waldgebiet. Mache ich hier mit diesem Feld neben die Stadt. Ach komm, ich packe den hier hin. Das wird schon gut aussehen. Die erste Almedie herkommt, kann Entdeckungen machen. Jetzt? Nachdem ich die Einheiten weggezogen habe. Ihr seid ja witzig. 42 Runden. Cool. Hier bauen wir noch den Obelisken. Und dann ganz ehrlich, das Haus der Schriftgelehrten machen wir nicht. Wir stellen hier auch den Tempel ein. Und wollten jetzt noch schauen in einer Runde. Entschuldige die Überlänge. Wie es ausschaut. Ne, jetzt passt das. Jetzt hält sich's. Gut. Das passt sehr gut. Ach, mit der Stadt sind es keine 42 Runden mehr, sondern nur noch 12. Läuft. Nochmal ein bisschen Einfluss. Für was gebe ich denn jetzt meinen Einfluss aus? Ich würde gern dieses Feld hier noch drüben anschließen. kriegen hier zumindest auch ein bisschen Wasser an Flüssen mit. Oh, hier ist gar nicht so wenig. Kostet mich aber auch 200 noch irgendwas Einfluss und erhöht meine oder verringert meine Stabilität wieder um 20. Wir könnten auch weitere Außenposten hier hinsetzen um unsere Städte drumherum. Damit wirklich alles gleich von Anfang an geclaimt ist. Oder wir fangen jetzt schon mal an einen dritten Bezirk zum Beispiel zu unserer Hauptstadt hinzuzufügen. Ganz ehrlich, ich würde glaube ich erst mal den hier nehmen. Wie viel sollte das kosten? 270 oder sowas? Lulu Bahn? Interessanter Name. Also 270 bis dahin sparen wir jetzt. Mir fehlt noch Wettbewerbsgeist. Sobald ein Spieler die nächste Epoche eingeläutet hat, werden für die anderen Wettbewerbsgeist Epochensterne freigeschaltet. Was? Werden für die anderen Spieler Wettbewerbsgeist Epochen Sterne freigeschaltet. Was macht das? In dieser Aufholkategorie hättet ihr passive Epochensterne bis ihr die nächste Epoche freigeschaltet. Der nächste Epochensterne wird in 77 Runden freigeschaltet. Diese Kategorie das kriegen wir auch alleine hin. Ganz ehrlich weil wir bei vielen Sachen auch einfach sehr nah dran sind würde ich auch fast sagen wir ziehen noch ein bisschen was durch einfach noch um mehr Ruhm zu kriegen und dann gehen wir erst in die nächste Stufe und der nach uns braucht auch noch zwei Sterne warum der eine jetzt so extrem schnell war weiß ich nicht ganz aber dann haben wir den Rückstand im Prinzip von drei Leuten die vor uns waren auf einen reduziert in einem Zeit das klingt doch sehr gut ich glaube das ist der Plan so du möchtest ach du kannst sechs Felder ziehen cool habe ich gar nicht richtig mitbekommen muss ich ganz ehrlich sagen ein 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 verdreckter abgemagerter Mann ist ins Reich gekommen behauptet ein Nachkomme der alten Herrscher von Luluban zu sein furchtlos verlangt er vor eurem Gefolge Wiedergutmachen für die Gräuel die ihr seinem Vorfahren angetan hat welche Gräuel er ist bereit auf die Wiedergutmachung zu verzichten wenn ihr eine göttliche Prophezeiung erfüllt und ihn über Luluban herrschen lasst da könnte der Stadt großen Wohlstand bringen wird andernfalls droht er eurem Reich mit Krieg und Hunger was tut ihr Wiedergutmachung Wiedergutmachung wird unter den Nachkommen aufgeteilt von denen viele tapfer in den Euren Armeen dienen Bewegungstempo klingt gut einwilligen sein gerade von Prophezeiung wird der Vernunft schaden aber der Handel wird aufblühen ich würde lieber auf Wissenschaft gehen als auf Geld lächerlich machen um den Hof zu unterhalten werden wir den Mann lächerlich machen und dann fortschicken Prophezeiung paar plus 10 Stabilität aber dafür für 22 Runden ich mache mal wieder Gutmachung das finde ich eigentlich ganz passend so und ich würde sagen an der Stelle wir haben schon 10 Minuten Überlänge ich glaube dann wird so langsam auch für mich Bettchen Zeit Ihr Wird gar nicht wissen wie spät es schon ist hat mir sehr viel Spaß gemacht ich finde es großartig dass wir mittlerweile schon eine dritte Stadt haben als nächstes wird dieser Bezirk angeschlossen sobald wir die 270 Einfluss zusammen haben dann denke ich mal noch ein weiterer Bezirk der hier Außenmeerer zum Beispiel prädestiniert für Memphis geben irgendwann dann mal Mobilisten kriegen wir auch noch ich glaube den letzten Stern kriegen wir dann nächste Runde und Grin vielleicht sogar in die Klassik fortschreiten dann ich frage es nur noch mit was drei Bezirke wird das Wunder als Bezirk wahrscheinlich dann bräuchte man nur noch zwei es gibt halt vier Einfluss hier die 100 Einfluss ganz ehrlich auch wenn wir das nicht schaffen ich weiß nicht genau wann wir das hinkriegen sobald wir die 270 Einfluss haben kriegen wir auf alle Felder das ist das hier angeschlossen wie viel brauchen wir denn noch hier kann ich mir das anschauen 105 und dann müssen wir es nochmal anklären das wären auch wieder 270 das könnte ganz schön lange dauern ich weiß nicht ob wir den dann für die Expansion holen was wir auf alle Fälle hinbekommen werden wird glaube ich der Einfluss sein vielleicht können wir auf die beiden warten also Einfluss kriegen wir auf alle Fälle hin denke ich und auf den letzten Bezirk für so viel Wurm würde ich glatt warten auch hier bei der Bevölkerung ich glaube da geht was apropos bei der Bevölkerung da geht was in zwei Runden wir brauchen insgesamt fünf Bevölkerung in vier in einer und hier haben wir 25 Nahrung hier könnte es schnell gehen also potenziell ist es ist schwierig fünf Leute jetzt extra nochmal zu bekommen aber es ist denke ich auch machbar Gold wir brauchen noch 222 wir machen 36 die Runde das könnte auch eher knapp werden eine Forschung kriegen wir mit Sicherheit spätestens in zwei Runden dann und Militärsterne da mache ich mir glaube ich gar keine Gedanken drüber ich weiß nicht ob es nicht auch Vermächtnisse gibt wenn man nicht vielleicht sogar den dritten Stern erlangt wäre cool zu wissen allein deshalb würde ich schon ausprobieren ich fange schon wieder an zu spatzen ich würde eigentlich sagen ich hoffe euch hat die Folge gefallen wir sehen uns in der nächsten wieder bis dann denn wir sehen uns in der nächsten patch